Ich bin definitiv der Live-Mensch, aber ich habe nicht dieses am liebsten. Ich differenziere das also. Im Studio Songs entwickeln, denen auf die Beine zu helfen, wenn die ersten Gitarrenfiguren da rein strömen und man sich dafür entscheidet, so oder so zu machen. Das sind alles Gänsehaut-Momente, die auch ganz speziell sind im Studio, wenn dann die Kerzen leuchten und überall die Mikrofone und alle sind ganz ruhig und andächtig und du merkst jetzt gerade, spielst du das Lied ein, was später auf der CD ist. Und das wirst du dir tausendmal so ungefähr anhören können und auch müssen. Das muss Bestand haben. Naja, das sind schöne Momente in Studios, an die man sich lange, lange erinnert. Tour-Momente gehen irgendwann vorbei. Wenn du 300, 400 Gigs gegeben hast, kannst du dich nicht mehr an die einzelnen Gigs erinnern. Aber ein Studioaufenthalt von vier, fünf Wochen und eine CD gemacht zu haben, da kannst du dich dein Leben noch erinnern. Ich bin fast nie aggressiv. Da könnte ich schon fast fitte in Therapie gehen. Also ich sollte mal, finde ich, ein bisschen öfter aggressiv sein, mal auf den Putzer und so. Hau doch mal drauf! Ja, richtig. If you can't say no, just think about me. Lenny Kravitz hat da für mich geschrieben. Dieses Album schrie nach Veränderung. Das wollte ich erst nicht wahrhaben. Wir haben wirklich zweieinhalb Jahre daran gesessen. Es klang am Anfang so ein bisschen wie die ersten beiden. Und als wir dann zwölf Songs und fünf Wochen hinter uns hatten mit Schweiß und Freude und allem Herzblut, was man da reinsteckt, kam dann doch ziemlich große Kritik. Seitens der Plattenfirma und des Managements, die mich lange machen lassen haben, was ich wollte. Das heißt nicht, dass ich im Endeffekt nicht getan habe, was ich wollte. Das heißt nur, ich musste für mich eine Entscheidung treffen, mich zu verändern. Das bedeutet, sich von Leuten zu trennen und mit neuen anderen Leuten was zu machen. Es gibt dieses Wundern, das man nicht verlieren darf. Wenn man dazu neigt, sich zu wiederholen, aber trotzdem den Ehrgeiz hat, an sich zu arbeiten, kämpft man sich halt noch anders als andere Menschen, immer wieder zu neuen, schwingt sich auf zu neuen Taten und kann die auch eben dementsprechend frisch genießen. Also dieses Album ist für mich wie ein Debütalbum. Als ob ich jetzt ein neuer Künstler wäre, der gerade das erste Album rausgebracht hat. So fühlt es sich an für mich. Gut, also ganz ohne selbstverliebt zu wirken. Man muss ja, wenn man sein Konzert anprangert, muss man sagen, wie toll das ist. Und das klingt natürlich selbstverliebt. Also wir sind wirklich sehr intensiv. Wir sind ganz klein, das heißt Akustik, Gitarre und Cello. Es wird manchmal ganz klein. Es wird manchmal ganz, ganz groß, obwohl wir nichts vom Synthesizer laufen lassen. Aber es hat, das sieht auch, das merkt man auch bei der neuen Scheibe, es hat große Popstellen, die so über den Gipfel hinaus mit Skischanze und so. Und wie gesagt, es ist eine sehr, sehr, sehr große Spannbreite zwischen Pop, Singer, Songwriter, Rock'n'Roll und aber auch Johnny Luka und Blues. Ich glaube, meine Roots, wie man so sagt, meine Wurzeln sind Cat Stevens, noch mehr, den habe ich wirklich am Anfang gehört in den 80ern. Cat Stevens, Bob Marley und Tracy Chapman. Mein Vater hat von seinem Vater eine Baufirma geerbt. Diese Firma ist seit über 30 Jahren in Besitz von der Firma, von der Familie Pohlmann. Na klar war das, war die große, war das, auf mir lag der Druck, eine Firma zu übernehmen, die schon lange Bestand hatte, die sich durch eine Menge Pleiten und Tiefen der Baubranche gekämpft hat mit der, ich sag mal, mit dem guten Händchen meines Vaters und der Leidenschaft meines Vaters eine Baufirma zu führen. Und das war schwierig, also ich habe dann, ich musste den auch anlügen, ist auch immer so eine Geschichte, die mittlerweile zwischen uns auch easy ist. Ich bin dann nach Hamburg gezogen und habe gesagt, ich würde Bauwesen studieren und habe dann aber eine Band aufgemacht und wir hatten dann, Entschuldigung, ich wusste gerade, Markus. Wir hatten dann nach einem halben Jahr in Hamburg einen Plattenvertrag bei der Universal, das war eine große, oder ist eine große Plattenfirma, die sehr viel Geld bezahlt hat. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe dann aus der Klarsichtfolie so einen Wisch geholt, da stand drauf, die Band Goldjungle ist unter Vertrag von der Firma, von der Firma Universal und bekommen so und so viel Geld Vorschuss, das war nicht wenig. Und da standen die dann mit offenen Kinnladen und habe gesagt, Leute, ich meinte es, ich habe es immer ernst gemalt mit der Musik und ich stehe jetzt auf meinen Beinen.